Hey Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Adventskalender-Video, heute mit dem sechsten Türchen. Und wir spielen heute die Map Snowflake Dropper und die Map wurde gebaut, diesmal vom Mega-Cherrysard-X. Oh. Hi. Hi, das der Bauer. Ja. Hi. Ja, der Typ hier spielt wieder mit und oh, ich bin im Game-Mod und ähm... Ja. Lass mich. Du hast jetzt elf Runden gemacht, ne? Nein. Doch. Ah, wie geht's so? Ach man. Gib Angst. Guck mal, ne Runden. Ja, guck mal, ne schön. Das sind ja locker 20.000. Hey, wie easy. Ich bin gestorben, und du? Nein, du bist nicht gestorben, du hast jetzt Score bekommen. Haben sie auch in Gelb gelandet? Ja, ja. Ja, ja. Die bestimmten Farben geben bestimmte, äh, Anzahl an Dingensen. An Dingensen? An Dingensen. Okay, easy. Ich bitte dich, deine Hecke auszuschalten. Ich freue mich, dass ich... Ach, doch. Der freut ja sich auslos. Alles klar. Jo, jo. André. Jo, jo. Alles klar, Digga. Wie bekommst du das denn hinten? Ich glaub, das wird knapp. Ja, ich will immer aufs Grüne landen. Das darfst du nicht. Keine Schnauze. Strönt einfach raus, weißt du? Also, an jeden Fall, ich meine, wer auch spielen will, ähm, Schneeflocken gibt extra Bonuspunkte. Das heißt, Snowflake Dropper und die Schneeflocken bewegt. Ja, mega Charizard. Du kannst von der Schneeflock ja auch wieder runtergehen, ne? Ich nicht. Von mir hat's schon öfters hingehauen, dass man von der Schneeflocke auch wieder runtergehen kann. Alles klar. Guck. Hast du das gesehen? Only hat jetzt funktioniert. Oh, es funktioniert. Ja. Ja, das ist mein Bug. Er spielt erst mit schmutzigen Mitteln hier. Mit schmutzigen Mitteln. Mit schmutzigen Putzmitteln. Du weißt, du denkst, meine, es hält die Schnauze. Oh, das findest du toll. Alter. Wie geil ist das denn? Wichtig nicer Pack. Oh, schön. Verlang ne Revanche. Ja, deine Mutter verlang ne Revanche. Ja, du denkst, meine Mutter. Ich bin jetzt eben dem Zuger, Spam. Alles klar. Alles klar, du nimmst ja nicht auf, also. Du nimmst ja nicht auf, also. Nee, nee. Alter. Ich kann einfach auf die Schneeflocke jumpen. Das ist richtig armselig. Ja. Du hecker. Ja. Du hecker. Ja. Hecker. Oh, es ist einfach richtig easy. Nice. Okay. 45 zu 29. Sieht fast schlecht aus für dich. Das ist ganz knapp. Ich gehe jetzt ganz außen nach rot. Spaß. Oder ich lass dir eine Chance. Spiel mal ganz außen auf rot. Okay. Machst du eh nicht. Habe ich wirklich gemacht? Okay. Minuspunkte, Minuspunkte, Minuspunkte. Es gibt keinen Pluspunkt. Ich kann uns eigentlich nur noch gewinnen. Ich gehe jetzt wieder auf rot. Ja, ich bin wieder auf rot gewesen. Danke. Und ich kann nur noch gewinnen. Ich kann nochmal auf rot gehen. Okay. Gut. Gut. Alles klar. Schön. Jetzt verliere ich mich auch raus. Ja. Hättest du aber. Hättest du einen? Hättest du einen? Oh, 48 zu 47. Game over. Ich habe gewonnen. Komm, eine Runde noch und die entscheidet jetzt alles. Eine einzige Runde. Okay. Ja. Ja, Average Score war es 4. Okay. Okay. Die eine Runde entscheidet jetzt. Ja, guck. Schau zu mir. Die eine Runde entscheidet alles. Hey. Nee, komm jetzt in die Mitte. Warte ich mal auf dem lesen was. Fünf, vier, drei, zwei. Ah, was? Was? Ja, geht das? Oh, hat sie auf fünf gesettet. Und die fünf Runden entscheiden jetzt. Okay, alles klar. Das Video wird nur zum Glück nicht lang. Nee, nee. Das ist auch ein relativ kurzes Ding. Wir schaffen das. Und genau jetzt noch den Katastrophenbild auf. Oh Mann, das ist richtig scheiße, dass man sich einfach so an den Rand troppen lassen kann von der Schneeflocke. Wie kommst du da rauf? Wieso hat man eigentlich wie Generation, Alter? Das ist richtig scheiße. Noch mal beim Shampoost. Ja, Shampoost ist sowieso was besser. Ich mein, es ist schön gelöst mit diesem Zufallsgenerat. Ja. Tor. Ja. Bist du scheiße oder so? Kann man nur noch gewinnen, also. Ja. Du hast einfach die Schneeflocke geknudelt. Du hast einfach die Schneeflocke geknudelt. Ja, alles klar. Ich schnudel gern Schneeflocke. Ja, mach ich auch gerne, also. Fuck that. Na, wie geht's dir so? Na, fickig. Du Loser. Du Loser, sagt er, ist kalt. Du Schnuzer, schluze. Schnuzer, schluze. Schnuzer, schluze. Oh Leute, man kann sich erschlagen. Savotage. Savotage. Schiebung. 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 Ah. Ich hab' jetzt gar nicht auf die Map gehört. Nein. 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 Oh nein. Schiebung. 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 Hä? Hä? War das grad ein Bug? Wir finden die Map ziemlich... Auf diese Map findet man ziemlich viele Bugs raus. Kommt mir so vor. Also, ich hab' offiziell gewonnen, würde ich sagen. Dann, äh... Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich sage, herzlich willkommen hier zu einer neuen... Runde... Let's hang out in das Spinnnetz. Bis dahin. Schiebung. Schiebung. Vielen Dank.